Wow, ist das ein NFT? Oh, sorry, ich meinte in Englisch, NFT? Wow, die Monkey Lisa, die ist so cool. Wie hast du das gemacht? Tja, ich hab einfach so geschissen. Ihr wisst Bescheid. Munkies, ja? Meine NFT ist ganz voller Money, ja? Ja, ihr wisst Bescheid. NFT ist der nächste große Scheiß, er zu Geist. Ich erkläre euch mein NFT, 1x1, das wird fucking nice. Es ist von einem Muster's Club, große Shit in meinem Pott. Mach ein Foto davon und vom Foto ein Screenshot. Das wird mein nächstes NFT. Ich verschläge es auf NFT. Ja, die Goldkriebe, sie kommt, schüttet Gold in der Nase. Werden alle reichen, werden bald Monkeys geboren. Und für die Leute, die uns zu schützen wissen, ja, ja. Hab ich nice, grad ins Glück geschissen. Monkey Lisa, mach mich rich, rich. Ein Screenshot out of business. Die NFTs, die ich so lüste, machen mich so rich, rich. Mein Bad, mach die Bord, Monkeys, ja? Meine NFTs ganz voller Money, ja? Monkey Lisa, mach mich rich, rich. Ein Screenshot out of business. Die NFTs, die ich so lüste, machen mich so rich, rich. Die NFTs. Untertitelung. BR 2018